so leute und ich bin am ersten gebäude hier wahnsinn wie so ein lobt zu ich weiß nicht wir haben hier mal ein bisschen besseres licht einschalten da sind sogar noch strahler oben ok da ist noch ein glockenturm oder was oben und jetzt hier geht es rein hier geht es rein das stativ ziemlich ausgebaut die tür steht offen wahnsinn liegt der reifen jetzt ich werde es euch zeigen hier geht es rein hier geht es rein jetzt hier 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 rüber da ist ja alles hier als nächstes hier ist zugemauert die nächste tür rechts ist auch zu warum haben sie das zugemauert da waren toiletten drin oder was weil die rohre hier drin sind ok es ist schon und der nächste da sind reifen gestapelt und das ist ja neu gebaut oder was ist denn das ist ja dran gebaut und hier sind reifen gestapelt hier auch da ist es zugemauert styroporplatten und auch die decke hier auch mit styropor so haben sie hier mal rot drauf und hier das fenster mit styropor aber normal styroporplatten da haben wir hier das ist alles weißt du das haben sie ja alles neu gebaut hier und da sind wieder reifen hinten und hier geht es in den keller runter das ist das ist alles erobacht das ist ja neu das sind neue steine aber warum wird es da so nass hier drin die ganze decke nass hier tropft es alles runter das fenster kaputt und da draußen ist auch noch einiges eingestützt boah ich zeige es euch mal sieht was Eisenträger alles drin kann man es sehen oder man sehen weiter raus und eine Mauer da weg und da geht es in den keller runter Oleg da ist auch die Mauer eingestützt oder so und hier war eine Schiebetür oder was alte Mauer und eine neue reingezimmert hier liegt nur was ist denn das gewesen das haben sie alles zugemacht hier hier ist noch eine Kloschüssel das haben sie so zugemacht ok man sieht es hier nicht schlecht dann ist das wahrscheinlich verlassen aber wird jetzt wieder renoviert oder so da geht es in den keller runter ok gehen wir gleich mal runter oh da ist ja alles das ist neu oder aber wie hat die Mauer da zerstört ok das ist alles neu glaube ich das sieht aus wie wenn alles noch gemauert worden ist da liegt auch noch Reifen wir hatten hier die Reifen gesammelt oh ok hier ist Tor offen unter der Treppe ok hier ist auch nichts mehr also hier ist schon sonderbar ein Teil neu ein Teil Neu ein Teil Old und hier geht es raus ich stehe voll im Matsch ok hier geht es auch noch raus ich stehe voll im Matsch die aber die sind sie am abbrechen oder der keine Ahnung Die war ja gestanden, oder? Und dann haben sie es da runtergebrochen, oder was? Genau, die Kühler hier vom Auto noch. Und dann haben wir hier noch einen Raum. Okay, hier geht es auch noch raus. Da wird eine Treppe runtergemacht wahrscheinlich, oder? War eine, oder? Von unten waren wir geradeaus. Und dann schauen wir hier weiter. Und hier geht es zum anderen Keller runter. Hier ist es. Da schauen wir später runter, aber hier ist es auch nicht schlecht hier. Alles zu. Dann hier das Rad, wenn wir nach drüben schauen können. Das haben sie auch geil gemacht. Was haben wir hier für einen Raum? Das ist ja alles, ist das alles neu dazugekommen, oder was? Betondecke. Weil hier ist ja alles wieder alt. Aber da geht der Putz schon runter. Ja. 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 Ja.